Corona hat viele negative Auswirkungen, aber auch eine positive. Endlich geht die Digitalisierung an Schulen voran. Wir müssen aber aufpassen, dass es kein Strohfeuer bleibt. Jede Schülerin und jeder Schüler braucht einen Laptop. Das ist kein Wunsch, das ist Mindestvoraussetzung. Digitalisierung bedeutet nicht, das Buch auf PDF zu ziehen. Digitaler Unterricht ist eine ganz andere Art von Unterricht. Klar, am Notebook ist das vielleicht manchmal anstrengender, aber man lernt genau das, was man später im Berufsleben braucht. Disziplin, Kreativität, Selbstorganisation. Klar, Fortnite oder FIFA zucken ist cool, aber glaubt mir, ein richtig guter Job ist später noch cooler.